Der Royal Split Contract umfasst eine Lizenz und einen Royal Split Contract. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie dieses Paket erwerben können. Gehen Sie zur DeFiU-Website. Nachdem Sie sich auf der Website angemeldet haben, wählen Sie im Dashboard in der rechten Ecke unter dem Empfehlungslink den Abschnitt Royal Split aus. Scrollen Sie auf der Seite nach unten zur Liste der zum Kauf verfügbaren Pakete von Royal Split Contracts. Bitte beachten Sie, dass die Zahlung für Royal Contracts derzeit nur mittels Swapping Smart Guthaben möglich ist. Sie können Ihr verfügbares Swapping Guthaben auf der Website plcswapping.com im Widget Swapping Smart Balance im Dashboard überprüfen. Kommen wir also zur Bezahlung des Produkts. Wählen Sie den Vertrag aus, den Sie erwerben möchten. und klicken Sie auf die Schaltfläche Purchase. Es öffnet sich ein Fenster zur Auswahl einer Zahlungsart. Wählen Sie die Zahlungsmethode Swapping Smart aus, stimmen Sie den Bedingungen zu, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und klicken Sie auf Purchase. Anschließend werden Sie zur Zahlungsseite weitergeleitet. In diesem Fenster werden Ihre Ordernummer, der Countdown-Timer, der Smart-Betrag sowie Ihr aktuelles Guthaben angezeigt. Um die Zahlung abzuschließen, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Text Yeah, I want that. Warten Sie auf eine Benachrichtigung über den erfolgreichen Kauf des Pakets. Fertig. Sie haben den Royal Split Contract erfolgreich erworben. Gehen Sie nun auf die Seite My Contracts. Dort sehen Sie den bezahlten Vertrag. Hier können Sie durch Klicken auf die Ordernummer eine Rechnung mit Zahlungsinformationen herunterladen. Bitte beachten Sie außerdem, dass sich die Dashboard-Werte im Widget Royal Split License Usage nach dem Kauf ändern. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Arbeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017